So, Hallihallo, ich habe bei Amazon gerade ein paar Mund-Nasen-Schutzmasken, wie man sie auch immer betiteln darf, bestellt. Ich habe die auseinandergeschnitten. Das ist das eigentliche Muster, also Planetarien, Sterne, wie auch immer. Und war mal neugierig, wie der Aufbau ist und habe die ein bisschen auseinandergeschnitten. So, sieht dann so aus, drei Schichten, genau wie die aus dem Krankenhaus. Ne? Sieht auf den ersten Blick echt nicht anders aus. Allerdings festigt der Stoff hier viel dicker an, der schwarze. Ne? Aber ist er nicht, wie man sieht. Kann man da durchgucken. Genauso wie bei dem Obermaterial von den grünen Masten, wo man da noch mehr durchsehen kann, finde ich. Aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. So, die Zwischenschicht ist auch gleich. Sind völlig geruchsneutral. Da bin ich ganz erstaunt. Ich schicke den Link mal, falls jemand dafür Interesse hat. Ich habe so eine ähnliche auch bestellt mit Spitze, also mit Spitzenaufdruck. Die sind genauso klasse. Ich habe so einen вотen, da bin ich, da bin ich. Ich habe so einen, da bin ich mit Spitzenaufdruck. Ich habe so einen, da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich mit Spitzenaufdruck.